Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier auf meinem Channel. Leute, es ist schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich bin's wie bei euch, Shopmaster. Ich hoffe, euch geht's weit gut. Ich unterstütze einen Crailer mit Impact 82, würde ich euch gerne ins Herz legen, wenn ihr mich kostenlos supporten möchtet. Ansonsten liken, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, euch geht's weit gut. Seid fit. Geht mal rasch durch. So wie es aussieht, sind so gut wie alles von den Ikonen rein zurück. Ja, das ist, wie gesagt, aber auch alles zu weit bekannt. Jawohl. Wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu den ganzen Ikonen. Ich werde mir auch keinen Skin davon kaufen unbedingt. Der Tanz ist aber witzig. Den habe ich ja schon besitzt. So, Adidas kamen vor ein paar Tagen neu mit rein, seit Dienstag. So, was hat sie noch getan? Pirates of the Caribbean natürlich weiterhin mit dabei. Das ist die Mode von gestern, kam neu mit rein. Ansonsten wurde hier ein bisschen was ausgetauscht. Los hier im West. Weitshows Einsicht. Alles nix Neues. So, die Fußballspielerinnen und Spieler. James Songs. Die ganzen Skins von FNCS. Auftragspaket. Der Ötland Dummy. 1200 kann man machen. Metallica natürlich weiterhin mit dabei. Der Liru Paket. Das war's dann auch schon wieder. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet beim Itemshop. Ansonsten geht's heute Abend wie gewohnt weiter mit Fortnite live on stage. Das war's. Ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Ciao von now.